Musik Schönen guten Tag, kommen Sie bitte rein. Herzlich willkommen in der Praxis von Dr. Mach. Noch lässt sich die Arztpraxis in diesen Räumen nur erahnen. Aber Pinselstrich für Pinselstrich nimmt sein Traum von der eigenen Praxis langsam Gestalt an. Schon jetzt hat der Allgemeinmediziner ganz genaue Vorstellung von seinem neuen Arbeitsplatz. An dieser Stelle wird später mein Schreibtisch stehen. Hier werden also die Arztgespräche durchgeführt werden. Meine Patienten sollen natürlich auch hier erst mal das Gefühl haben, dass sie sich aufgehoben und wohlfühlen sollen. Deswegen haben wir natürlich auch hier versucht, in den Raum ein gewisses neues Flair hineinzubringen. Und dafür lässt Alexander Mach die alte Praxis komplett umbauen. Empfang und Wartebereich will er offener gestalten, für mehr Licht und Wohlfühlambiente für die Patienten. So wie die Praxis vorgestaltet war, wäre es sicherlich möglich gewesen. Aber dass man einen richtigen Neubeginn auch durchführt, finde ich, ist am Ende nur authentisch, wenn man es auch irgendwo an den Praxisräumen sieht. Mit seinem gewählten Farbkonzept will Mach seine ganzheitliche Praxisphilosophie unterstreichen. Pfeil. Das sieht sehr gut aus. Sieht nach mir aus. Der Lohn für viele Monate Vorbereitung, Organisation und harter Arbeit. Nach vier Wochen als Bauherr kann Alexander Mach es kaum erwarten, wieder als Arzt tätig zu werden. Wenn ich an die Eröffnung denke, bin ich natürlich schon sehr aufgeregt. Auf der anderen Seite natürlich auch voller Erwartungen, weil es natürlich jetzt auch Zeit wird. Für mich war jetzt auch die Umbauphase eine sehr interessante und auch eine sehr neue Erfahrung. Gleichzeitig als Arzt möchte man aber eigentlich an seine Patienten heran und mit dem Tag, sagt wie er, beginnen. Und darauf freue ich mich natürlich. Aber bis dahin steht ihm und seinen Helfern noch eine arbeitsreiche Woche bevor. Der Zeitplan bis zur Eröffnung ist eng gesteckt. Doch das und wie die letzten Bauspuren beseitigt werden, zeigen wir Ihnen in der nächsten Folge. Fertig.